Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ja, Brand News! Da habe ich ja den einen oder anderen Adventskalender vorgestellt, hatte dann den etwas verärgerten Kunden und Kundinnen eine E-Mail geschrieben mit der Info Hey Leute, wir haben ein bisschen gepatzt beim Adventskalender und als Entschädigung könnt ihr euch für 5,99 Euro, also nur die Versandkosten, eine Box bestellen und das ist dann die Entschädigung. Ja, die ist jetzt heute gekommen und ich möchte mit euch zusammen reinschauen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr habt es ja auch mitbekommen, das Ding ist übrigens schwer Leute, ne? Als ich die bestellt habe, dass ich dann im Online-Shop auch gesehen habe, dass es da eine Beautybox gibt, die habe ich bestellt, habe leider nicht die Beschreibung gut genug gelesen, hätte dann erkennen können, dass da im Prinzip genau das gleiche drin ist wie in den Adventskalendern, aber die Box irgendwie nur 5 Euro weniger kostet als der Adventskalender mit den weiteren Produkten. Egal, hat mich dann auch ein bisschen aufgeregt. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was hier drin ist. Was ich nicht akzeptieren würde, sind abgelaufene Lebensmittel, Produkte, die 1 zu 1 in den Adventskalendern drin wären, fände ich jetzt auch nicht so fancy fancy, muss ich gestehen. Ja, ne? Das wäre ganz cool. Sie ist prei gefüllt, die ist sackenschwer, die wiegt ganz schön viel. Also dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir ganz schön gut was drin haben werden, ne? Und die ist riesig. Also komm, wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich bin jetzt fast unvoreingenommen, nicht? Und ja, doch, doch, also Beauty-Sachen sehe ich hier auf jeden Fall, also eine Beauty-Sache. Und ich sehe hier auf jeden Fall auch allerhand leckere Sachen. Na gut, komm, das schauen wir uns mal aus der Nähe an. Probieren wir mal was Neues. Jo, wir haben hier auf jeden Fall ein Werbeflyer. Das finde ich jetzt schon wieder cool. Denn das will ich, also das habe ich mir letztens tatsächlich auch so gekauft. Jetzt nicht von Kellogg's, aber Crunchy Oat Canola, Mixed Berries, gemischte Beeren. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Sowas mische ich mir nämlich sehr, sehr gerne. Ist übrigens auch bis September haltbar, also 1a. Mische ich mir gerne auch in Joghurt rein. Das mag ich wirklich gerne. Das fängt schon mal sehr gut an. Ich hole mir mal kurz Erwin hier hin. Meinen freundlichen Helferstuhl, ne. Und kann natürlich auch die Sachen so weit draufstellen, dass man das auch sieht. Also das finde ich schon mal gut. Das ist auch ein sinnvolles Produkt. Haben wir hier übrigens nochmal mit drin. Das könnte was für meinen Freund sein. Mit der Variante Dark Chocolate, also mit Schoki. Nicht unbedingt etwas, was ich präferiere, aber für meinen Freund ganz cool. Ich weiß nicht. Ich mag schon gerne Schokolade, aber irgendwie nicht im Nüsten. Ich weiß auch nicht warum. Das hier ist sogar bis November haltbar. Siehste. Da bin ich wirklich jetzt schon mal echt buff, muss ich sagen. Dann habe ich hier Chips drin. Auch das finde ich cool. Das ist was für meinen Freund. Doritos, Sweet Chili Pepper Geschmack. Ja, das sind halt so, ne. Doritos halt. Das ist bis Mai haltbar. Alles Tutti, Koff, Ruti. Kann man sich auch nicht beschweren. Die isst der wirklich gerne. Ja. Oder sich immer sonst von Chio sind die, glaube ich auch, ne. Weiß ich nicht. Dann habe ich hier Apple Cinnamon. Das ist natürlich super fancy. Eine Schokolade. The Good Choc Organic Vegan Fair. Eine vegane Schokolade mit Apfel, Zimt. Wow. Ja, passt aber auf jeden Fall zum Gedanken der Box. Das ist auch noch bis September haltbar. Und da freut man sich wirklich drüber, so was drin zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht eine vergangene Box ist oder so. Dafür kenne ich halt Brand News nicht gut genug. Also ich habe die ja nicht selber im Abo, aber ja, ne. Egal, also abgesehen davon, ob ich die Schokolade jetzt mögen werde oder nicht, finde ich das gut, dass wir hier so ein fancy Produkt drin haben, was natürlich ja auch so ein bisschen noch in diese Weihnachtszeit oder Winterzeit viel mehr noch mit reinpasst. Dann habe ich hier noch was zu trinken drin enthalten. Ein veganer Ei-Ersatz. Ideal für süße und herzhafte Rezepte. Vego Aquafaba. Okay, das wird weiter wandern, weil wir machen jetzt wenig sowas. Also das ist ja quasi so für Eischnee, was man ja aus Eiweiß herstellt. Und da kannst du ja hier so Makronen mitmachen. Wobei, wenn ich der Lieblingskuchen von meiner Mama oder die Lieblingstorte, das ist, was sie immer macht, nennt sich Hans-Jensen-Torte. Super, super lecker. Mama hatte am 10. jetzt letztens erst noch Geburtstag. Und da haben wir die gegessen. Und ich war so, ich lieb's einfach mit Sauerkirschen. Normalerweise macht man die mit Stachelbeeren. Aber Sauerkirschen mag ich die noch lieber, weil ich das halt auch so von meiner Mom kenne. Und da verwendet man tatsächlich auch Eischnee für. Mist, das Rezept hätte ich tatsächlich Danny geben müssen, weil Danny hat für den Pelletier Verlag ein Community-Kochbuch wieder gemacht und hat da Rezepte gesammelt. Da habe ich ein Rezept von meinem Freund mit eingereicht und ein Rezept von meiner Oma. Das von meiner Mom hätte ich mitnehmen sollen. Aber der macht safe bestimmt noch eine Ausgabe. Und dann kann ich auf jeden Fall die Hans-Jensen-Torte damit abdrucken lassen. So, auf jeden Fall, ja, kann man das dafür gebrauchen. Bis wann bist du denn halbbar? Kann ich das vielleicht an meinem Geburtstag? 10.06. Ich habe ja Ende Mai Geburtstag, da könnte es schwierig werden. Ah, da muss ich mal gucken. Ganz schön viel zu einem Produkt erzählt. Hier habe ich jetzt relativ random-mäßig noch einen Dusch-Schaum drin. Und zwar von Bilou. Creamy Duff ist scheinbar wohl nicht ganz so gut verkauft worden, weswegen wir das sowohl in diversen Adventskalendern als auch jetzt hier in der Box wieder und auch in der Beauty-Box, glaube ich, gefunden haben. Ja, ich mag sehr, sehr gerne die Cremeschäume von Bilou. Aber muss halt wirklich sagen, ich brauche den jetzt nicht fünfmal hier zu Hause haben, ne? Ja, okay. 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 Okay, ein bisschen Papier ist offen mit am Start. Können wir machen. Dann habe ich hier von M. Eukal Manuka Honig Gummi Drops. Das finde ich schön. Können wir gut gebrauchen. Ist sogar bis März 2024 haltbar. Und Manuka Honig oder Honig Drops allgemein sind jetzt sehr, sehr angenehm, wenn man so eine etwas belegte Stimme hat. Bisschen Halsweh oder so, ne? Finde ich gut. Passt. Also wirklich. Ich hätte, also ich habe es gehofft, dass die eine ordentliche Box verschicken. Aber ich hätte es nicht gedacht, muss ich gestehen. White Claw Hard Seltzer Mango. Sparkling Hard Seltzer. Was? 4,5% Alkohol. Das ist nichts für Claudinchen. Denn ich bin in meiner Stillphase. Also ich stille. Und da trinke ich kein Alkohol. Ist klar. Ja. Mit Mango. Das ist fancy. Wenn ich, ne? Ja. Das trinken würde, würde ich das probieren. Ja. Schön formuliert. Etwas, was wir immer gut gebrauchen können, sind Nudeln. Hier habe ich Birkel Roasted Hartweizennudeln mit Mehl aus geröstetem Malz. Das wird dann wahrscheinlich auch zum einen etwas süßer, aber auch ein bisschen malzig halt schmecken, ne? 350 Gramm. Das finde ich auch toll. Ist einfach mal was anderes, ne? Und wird dann auch gesünder sein, denke ich mal. Und reichhaltiger, sättigender. Ist auf jeden Fall fancy. Ist fancy. Sagt mal was, Leute, in den Kommentaren, oder? Aber fancy ist es definitiv. So. Dann habe ich hier noch zwei extra verpackte Getränke drin. Einmal, das hätte ich heute Morgen gebraucht. Na toll. Weil wir haben keine Milch mehr und Schatz, ich muss los Milch kaufen. Dein Kauf tut gut ist von Sheer. Vollcremig Liebling Hafer, Dinkel, Hanf. Milchersatzprodukt, ne? Das ist dieses hier. Ein Liter. Finde ich gut. Finde ich klasse. Mag ich gerne. Verwende ich gerne. Ja. Bis 1.6. haltbar. Beschwert man sich nicht. Ne? Finde ich wirklich gut. Also, so Milchersatzprodukte haben wir öfters mal in diesen Foodboxen drin. Ich habe ja auch sonst gerne mal die Degusta-Box, die ich mit euch zusammen auspacke. Und ich konsumiere solche Milchersatzprodukte auch sehr gerne. Ja. Merke aber, dass ich in der Stillzeit definitiv auch, oder auch in der Schwangerschaft, da hat mein Körper auch viel nach regulärer Kuhmilch gerufen. Und da bin ich dem dann auch immer nachgekommen, natürlich. Auch ein Klassiker, den wir hier drin haben, von Oro, die Parma. Und da merken wir ja einfach, wir haben ja nicht irgendwas wild zusammengewürfeltes drin, sondern wir haben ja schon Produkte drin enthalten in der Box, die auch sinnvoll sind. Ne? Also, das ist nicht einmal Lager ausgefecht. Mal gucken, was wir noch da haben. Und das verschicken wir dann an die murrigen, an die murrenden Kunden. Ähm, Tomaten stückig. Das ist toll. 400 Gramm. Also, wenn wir halt mal so eine schnelle Tomatensauce machen oder so, ne? Mit den Nudeln zum Beispiel, machen wir immer so eine Dose Tomaten da mit rein. Einfach, weil das dann vollmundiger ist, weil das dann halt auch ein bisschen, es schmeckt intensiver, ne? Macht man sich ja nichts vor. Und das finde ich gut, finde ich klasse. Wird bei uns sehr, sehr schnell gegessen werden. Auch das ist noch ewig und drei Tage gültig ist gut, ähm, haltbar bis Dezember 2025. Also keine Reste rampe. Keine Reste rampe. Keine Reste rampe. Ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, äh, erstaunt. So. Relax, recover, repeat by Marco Reus. Ist das nicht ein Fußballer? Okay. Äh, no bullshit steht hier drauf. Okay. Vitamin, water, Granatapfelgeschmack. Kriegt mein Freund, der liebt Granatapfel. Mit Vitamin B6, Vitamin B12. Nach einem intensiven Training. Low sugar und vegan. Ja, ist doch super, ne? Da hat man hier noch ein Wässerchen mit dabei, was irgendwie mit einem schönen Geschmack unterlegt ist. 500 Milliliter. Ach Mensch. Das finde ich gut, ne? Also das war jetzt die Box. Und wenn das hier so eine Entschuldigungsbox ist, ich würde mal sagen, Entschuldigung angenommen. Definitiv. Klar, es ist ein bisschen doof, dass man halt die 5,99 Euro Versand dafür bezahlen musste. Bin ich ehrlich, ne? Finde ich wirklich ein bisschen, wenn man sich entschuldigt, dann sollte man halt sagen, wenn du dir die Box haben willst, dann schicken wir dir die so zu. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Aber ich finde es wirklich in Ordnung. Vieles davon werden wir selber auch verwenden und essen, trinken und ja. Ne? Gut. Finde ich gut. Ihr Lieben. Das war es jetzt hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Huch. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.